Mein Name ist Anja Dressel, ich bin Immobilienberaterin bei der Berliner Sparkasse. Zum Thema Zinssicherheit sollten Sie auf jeden Fall beachten, dass Sie eine möglichst lange Zinsbindung wählen. Sie haben die Möglichkeit von einem bis zu 20 Jahren als Zinsfestschreibung zu vereinbaren. Das heißt natürlich nicht, dass Sie dann auch in dieser Zeit den Kredit zurückgezahlt haben, aber Sie haben zumindest sich möglichst langfristig bei dem aktuellen niedrigen Zinsniveau den aktuellen Zinssatz gesichert. Und darüber hinaus gibt es auch die Möglichkeit mit Bausparverträgen, das heißt, dass Sie selber etwas ansparen und dann zu einem späteren Zeitpunkt in den Genuss kommen, ein Bauspardarlehen in Anspruch zu nehmen, wo heute schon der Zinssatz feststeht, dass Sie das dann benutzen können. Und das ist halt eine tolle Sache, gerade wenn dann die Zinsbindung in 20 Jahren ausläuft, der Bausparvertrag dann zuteilungsreif ist, sodass Sie dann nochmal vielleicht für die letzten zehn Jahre die gesicherte Finanzierung haben und somit keine weiteren Risiken haben, sondern einfach die gesamte Finanzierung gesichert haben. Die Gesamtkosten kriegen Sie ja schon einmal von der Baufirma mit aufgeliefert. Und es gibt immer so ein paar Positionen, die manchmal nicht da drin erscheinen. Dazu gehört zum Beispiel Baustrom, Außenanlagen sind die erfasst. Ein gutes Thema ist auch die Küche. Eine Küche ist in der Regel natürlich nicht mit erfasst, fällt aber definitiv an und muss einfach mit berücksichtigt werden bei der Kostenzusammenstellung. Umzugskosten, sind die Bauversicherungen schon alle erfasst. Also das sind so ein paar Beispiele, die auf jeden Fall mit anfallen und wo man wirklich nochmal prüfen muss, sind die in der Kostenkalkulation erfasst. Wo Sie uns finden können, wir haben in Berlin an drei verschiedenen Standorten unsere Immobilienzentren. Einmal im Süden am Innsbrucker Platz, dann im Norden am Kurt-Schumacher-Platz und einmal im Südosten in der Frankfurter Allee. Zusätzlich haben wir auch die Möglichkeit, an ausgewählten Standorten Sie für eine Immobilienfinanzierung beraten zu können. Hier ist es auf jeden Fall empfehlenswert, einfach Kontakt mit Ihrer Filiale aufzunehmen oder mit unserem Callcenter und dann helfen Ihnen die Kollegen, einen Termin zu vereinbaren. Außerdem haben Sie die Möglichkeit, sich auf unserer Homepage registrieren zu lassen, sodass wir Ihnen regelmäßig ein Newsletter zur Verfügung stellen können, wo Bauherren einfach über aktuelle Themen informiert werden. Und zusätzlich haben wir einen Broschüren-Service. Auch das finden Sie auf unserer Internetseite, wo Sie sich kostenlos Ratgeber bestellen können.